KWP Informationssysteme ist ein Software-Unternehmen, das sich ganz und gar auf die Unterstützung von Handwerksbetrieben konzentriert. Am KWP Hauptsitz in Landshut entwickeln die IT-Spezialisten besondere Lösungen für Bauhandwerker, vorrangig Elektriker und Heizungsfachbetriebe jeder Größenordnung. Seit mehr als 20 Jahren sammeln die IT-Spezialisten von KWP besonderes Fachwissen rund um das Elektro- und Heizungshandwerk und entwickeln daraus Computersoftware. Mit ihr wird der Arbeitsalltag der mittlerweile über 8000 Kunden erheblich erleichtert. Eine Kernaufgabe der KWP Software ist die Verwaltung von Büroaufgaben. Und weil jeder der über 40 Mitarbeiter von der Leistungsfähigkeit der eigenen Software überzeugt ist, nutzt sie hier in Landshut jeder für seine Aufgaben. Das gilt auch für die anderen KWP-Standorte in Chemnitz, Bottrop, Bremen und Rosenheim. Auf diese Weise lebt jeder bei KWP die eigenen Produkte und optimiert sie Tag für Tag. Dieses Wissen nutzen vor allem die Entwickler und Programmierer bei KWP bei der Weiter- und Neuentwicklung von IT-Lösungen. Jeder von ihnen wird gleichzeitig in der Kundenbetreuung eingesetzt. Die Beratungs-Hotline von KWP bietet somit echte Unterstützung für alle Fragen rund um die Anwendung der Software im Unternehmen. Praxisbezug inklusive. Apropos Praxis. Die KWP Software macht nicht nur Verwaltungsaufgaben, also Büroarbeit komfortabler und schneller. Auch für den Monteur vor Ort wird der Verwaltungsaufwand auf ein Minimum reduziert. So kann er sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren und fachgerechte Leistung abliefern. Papierkram? Fehlanzeige. Ob im Elektro- oder Heizungsgewerbe, moderne Endgeräte unterstützen den Handwerker und übertragen die notwendigen Informationen direkt an sein Büro. Auch die Lagerverwaltung inklusive Bestellwesen waren Ein- und Ausgang dank KWP ein Kinderspiel. Und ganz nebenbei sorgt der Einsatz der Software für weniger Fehlbestände und damit transparente Kosten im Betrieb. Transparenz ist bei KWP das A und O. Denn hier weiß man nicht nur, wie Daten gesammelt und verwaltet, sondern vor allem, wie sie nutzbar gemacht werden. Jede Eingangsrechnung wird gescannt und erfasst. Nichts geht verloren und nichts wird vergessen. Im hektischen Büroalltag sorgt KWP somit für Ordnung und komfortablen Zugriff auf alle wichtigen Daten. Mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablet-PCs – auch sie kommen zum professionellen Einsatz dank der neuen KWP-Apps. Wer Software entwickelt und Prozesse optimiert, sollte stets auf der Höhe der Zeit sein. Deshalb steht für die KWP-Mitarbeiter das Thema Fortbildung permanent auf der Agenda. Im firmeneigenen Schulungszentrum vermitteln Experten ihr Wissen, trainieren den Umgang mit der Software und informieren über die neuesten Trends in der Branche. An bundesweit acht weiteren Standorten bietet KWP Seminare und Schulungen auch für Kunden an. KWP zählt auch deshalb zu Deutschlands Marktführern. Mehr als 8.000 Kunden vertrauen bereits auf die Software der Landshuter und lassen sich durch den KWP-Support rundum betreuen. Für das Elektro- und Heizungsgewerbe gibt es keine bessere Lösung. KWP – Wir verstehen Ihr Handwerk